Wir prüfen jetzt die Ritzhärte von Metallen. Zum Ritzen benutze ich jetzt einfach das Zinkblättchen. Bei Cadmium tritt ein leichter Effekt auf. Bei Kupfer geht es sehr schwer, Eisen genauso, Blei ist dadurch, dass es sehr weich ist, auch sehr leicht ritzbar und bei Silber passiert ebenfalls nicht viel. Bis zum nächsten Mal.